Salzburg 50 20 oder besser gesagt Salzburg 50 20. Das neue Jugendkulturfestival bietet ab sofort 50 Acts an 20 Locations und das im ganzen Juli. Von Raves über Livekonzerte bis zu künstlerischen Ausstellungen wird in den kommenden Wochen sehr viel geboten. Salzburg 50 20 ist ein nachhaltiges Fest für junge Menschen, da ist die Vorfreude schon jetzt sehr groß. Weil es um Nachhaltigkeit geht, weil es um Purpose geht, Sinn, warum beschäftigen wir uns in der Salzburg mit unseren Projekten? Weil wir Nachhaltigkeitsermöglicher werden wollen oder sein wollen, weil wir Lebenswelten geschalten wollen. Und dieses Festival 50 20 50 20 ist genau ein Nachhaltigkeitszimmer für junge Generationen und daher sind wir nicht nur wahnsinnig gern dabei, sondern auch für die nächsten Jahre schon. Denn während die Premierenausgabe von Salzburg 50 20 jetzt gerade läuft, sind auch die Vorbereitungen und Zusagen für das kommende Jahr bereits in Arbeit. Als internationales Zugpferd ist der bekannte Künstler Leon Löwentraut mit seiner Ausstellung im Barockmuseum im Mirabelgarten dabei. Er setzt dabei sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss auch sagen, dass es für mich auch eine sehr besondere Ausstellung ist, da es das allererste Mal ist, dass ich wirklich meine gesamte Bandbreite zeige. Von Strukturen über Kohlezeichnungen, über Gemälde, die neue Landscape-Serie, die jetzt immer stärker wird. Schon bei der Ausstellungseröffnung waren hunderte Gäste mit dabei. Das volle Programm gibt's online auf 5020festival.at